Die Jablotron 100 schützt Ihr Leben und Eigentum. Sie ermöglicht die variable Nutzung von Bus- und Wirelessgeräten für eine umweltfreundliche Installation. Die Steuerung der Jablotron 100 ist einfach. Steuersegmente sind so einfach wie Ampeln und können basierend auf den Gebäudeanforderungen flexibel erweitert werden. Alles wird von ein paar Tasten gesteuert. Das System bietet eine ganze Reihe von Detektoren im zeitlosen Design. Fenster und Türen werden von verschiedenen Öffnungs-, Glasbruch-, Vibrations- oder Neigungssensoren gesichert. Rauch- und Temperaturmelder zusammen mit Detektoren von explosiven Gasen sprechen für den Brandschutz. Glasbruchmelder werden verwendet, um Fenster- und Türverglasung zu überwachen. Bewegungsmelder sind für den Raumschutz in vielen Ausführungen erhältlich. Einschließlich PIRs in Kombination mit Glasbruchmeldern, PIRs mit eingebauten Kameras und Blitz, als duale PIR-Bewegungsmelder mit Mikrowelle sowie vielen weiteren. Umweltdetektoren wie Hochwasser- oder Temperatursensoren überwachen kritische Bedingungen, um Ihr Haus zu schützen. Die Zentrale der Jablotron 100 ist mit einem eingebauten Kommunikator ausgestattet. Dieser arbeitet mit bis zu 120 Meldelinien. Das System kann von bis zu 300 Benutzern gesteuert werden und in 15 Bereiche unterteilt werden. Es hat 32 programmierbare Ausgänge für eine multifunktionale Nutzung. Das System ist nach EN 50131 mit Sicherheitsgrad 2 zertifiziert. Außenbereiche werden durch Infrarotschranken und Bewegungssensoren geschützt. Programmierbare Ausgangsmodule steuern Garagentore, Bewässerungsanlagen und viele andere Teile des Hauses. Moderne Sirenen sind ein fester Bestandteil der Alarmanlage. Systemkommunikatoren sorgen für die Kommunikation mit den Nutzern und den Alarmempfangsstellen. Außerdem übertragen sie gesicherte Bilder von Bewegungsmeldern mit Kamera zu den entsprechenden Empfängern. Die Jablotron 100 ist dank vollem Fernzugriff von überall zugänglich. Überwachung, Steuerung und Programmierung wird von der myJablotron Online-Plattform und F-Link Software aktiviert. Selbst die hochwertigste Alarmanlage braucht eine professionelle Installation, kontinuierliche Überwachung und eine schnelle Reaktion im Fall eines Alarms. Das ist voller Jablotron-Schutz.